Das Start ist jetzt das verdammte Spiel. Ja doch. Spiele machen wir schon lange nicht mehr. Meme. Das fängt doch noch an. Das Wort ist Rücksitz-Wichser. Wichser! Ja. Also du musst den Stift ein bisschen bewegen, dann kommen da Linien und dann erkennen wir was. Bitte Tiberius. Ich werde jetzt einen Thumbs down geben. Ein Hinweis, ein Hinweis. Island, sei da zu kurz, scheiße. Esso ist eine gute Idee gewesen. Esso ist eine richtig gute Idee von euch. Estrich, oder? Ach, scheiße. Ostrich. Was? Okay, Moment, 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 Moment. Was könnte das sein? Ich hab keine Ahnung. What the, what? Oh Moment, nein, das ist nicht Arschsex. Du musst nichts eingeben. Du sollst es machen. Hä, ich bin dran. Oh Mann, Gwen, ey. Wie kann man denn Asterix raten? Ich hab mit dem A-S am Anfang, also ich hab halt mit dem A-S, also ja, dann X im Hinblick. Es gab ja kein A-S, es gab ein S nur. Mal. Ja, aber ich hab halt an A-S erst gedacht, wegen dem A-S hole und so. Ja, gut, also Respekt. Alge, Alge, Alge. Ich hab auch Algen, ja. Oh nein, ist das irgendein Land, was ich nicht kenne? Nee. Ich dachte, das ist irgendeine Flagge. Das ist wirklich Acryl, wegen deinem Gemülde, das du mir gezeigt hast. War genau dasselbe. Ja, ne? Alter, Dennis. Was ist denn los mit euch? Welch bekannt. Ich bin der Ältersteine. Ich bin von meinem Herzen von Europa. Meine wunderbarkeit. Nun, schau mal, was wir so schön mitgemacht haben. Hast du da so viel Mühe bei diesen Hügeln gemacht auf dem Bild? Und dann kommt dieser hingeflappschte Wurm einfach. Hingekackt und hingeschissen. Das war ich, wenn ich geil bin. Es ist nicht, Yoshi, ich werde irre. Es ist ein Bootpilot. Was? Was ist das denn? Was? Was ist das? Was? Was? Ach so. Ich hab den Namen vergessen. Oh Gott, wer hat den? Ach so. Ja. Ich tippe mal, dass mein Custom wird. Ich tippe mal, dass mein Custom wird. Ich hab alle Spongebob Charitere, glaub ich, als Custom. Oh. Na dann ist das schon mal ein guter Hinweis. Das ist nämlich Spongebob. Ne, ist zu kurz, glaub ich, das Wort. Wieso denn Obelix? Ist doch auch zu kurz. Hast du schon. Ja, ja. Es war nur noch. Coconut. Coconut Nut. Ach man. Mann. Nein. Es ist eindeutig alt. Ein Champignon. Es ist die Nase von Pony Bramley. Wie die Nase eines Mannes. Wie die Nase eines Mannes. Das ist doch so eine, so eine. Der ranzig. Ich dachte auch an Palette, aber. Hä? Puschel, Puschel. Waaaaa. Was ist das? Ganz eindeutig ein Schakal. Schakal, Schakal, Schakal. Gib auf keinen Schakal, Schakal und schakal. Sie sind aber nicht in den Wurst, also... Mann. Ich hab Lust des Angegeben. Okay ich geh mal wieder komplett auf den Schlauch bitte, was ist das? Album ... peligro. Ich hab nicht die Antwort. ine Güte ey. minor hat nein will ein Pfl衝ert. Das ist doch kein Dorito. Junge, die anderen sind doch immer gebrochen. Das ist wie ein Pinsel. Schimmel und Schale. Ein Manneken. Das ist natürlich Dignity. Abstandsregelung. Wie soll ich das denn nennen? Dann, was ist denn das? Ach so. Oh, fuck. Ich hab' ja immer zugesagt. Ah. 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 Komm nicht raus. Ach so. Uh. Ich hab's ja alles voll. Sprühen gewusst. Nee, du sprühst alles voll. So, jetzt, äh. Ah, schade, kein Regenschirm. Ah. Ah. Schönen guten Arsch. Na, nicht Todesstern. Nee, jetzt langt das, oder? Ja. Ja, geil doch. Schönen guten Spaß. Ja, wir haben dich leider die ganze Zeit angeschrieben, du warst nicht da. Ja. Es ist meine Spiel. Nein, wie hieß das denn? Endlicher Moin. Nein, wie heißt das, wie hieß denn das? Och, ich hab's wieder vergessen, wie das hier heißt in dem Spiel, ey. Das ist doch, das ist doch so eine Scheiße, ohne Mist. Das heißt nicht nur im Spiel, so, das heißt offiziell, so. Kann man sowas nicht wissen. Klabe die Leidtragend, ich hab ein... Ähm. Gott. Solltest du es jetzt fortsetzen, oder? Am besten ja. Ich hab's leider nicht geflüchtet. Man kann natürlich auch Razersiedel sagen. Danke. Luke gegen Marvel, 8 Finale VBT 2013. Luke gegen... Luke gegen... Luke. Ich bin deine Mutter. Lucky Luke. Ja, du bist Lucky Luke. Das wird jetzt eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall, ob man das erwähnt. Hast du jetzt Zeit in Norden? Nein, ich hab keine Zeit. Warum soll ich jetzt Zeit haben? Mutti! Mutti! Ja, okay, was ist denn? Warte noch. Lul. Ich werde da völlig eher nur... Also, ich sehe auf jeden Fall, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Nur Dennis wird erraten. Die anderen Wörter... Die anderen Wörter waren Kaugummikugel und Vorstellungskraft. Ja. Ja. Vorstellungskraft, du. Wer denkt denn so scheiße an? Makrofrisur, ey. Ja gut, also ich sehe, dass das Striche sind... Oh, hier muss ich nochmal... Hä? Was? Oh nein. Was? Ist das immer noch falsch? Oh nein. Oh nein. Der hat doch den Schläger zu. Was? Das ist auf jeden Fall nicht Innenstich. Äh, auf jeden Fall nicht Innenstich. Ist das wieder irgendein Installer? Der hat einen Innenstich, an dem ich... Ich hoffe, deine Kollegen haben das gesehen. Ich renne 37 Mal hier rüber. 37 Mal! Ist das ein Innenstich, für den ich ihn vertrete? Mann! Nein! 700 Euro! Oh Mann! Ich kling 700 Euro! Ah! Junge! Ja, auf jeden Fall nicht Bienenstich. Oh! So cold, Mann! Ich bin nicht drauf. Dimi aus Vannein. Äh, krasser Checker, Dimi. Soll ich den Bruder anrufen? Kotze. Ah, damn. Alles voll. Die Welle ist nicht tot, die Welle lebt. Und zwar die vierte Welle. Oh ja, eine schöne Ball. Wieso gibt's das nicht auf Netflix? Ich wollte es letztens noch mal gucken. Weil es ist im Termin. Die Leute schlechter filmen. Genauso wie das Buch. Bitte was? Da spielt Jürgen Vogel mit! Jürgen Vogel? Wie er leibt und lebt. Das soll ein Mensch sein. Ich weiß, dass es nicht so gut genommen war. Nein, das ist nicht Schnorchel. Also Schnorchel. Irgendeine erwürgt Robbe. Ich wollte es jetzt noch malen. Ich wollte es nicht noch mal einbringen. Äh, wer ist denn das Ding? Jaaa! Ich weiß nicht, wie das jemand da redet. Hä, was? Was ist das? Okay, aber es kann nicht so schwer sein dann. Achso! Ja, ich hab's doch! Nein! Warum ist das schon wieder verschrieben? Och meine Fresse, ey! Ich war sogar schneller als Tränke jetzt. Ich hab's doch zweimal so. Ich schreib's doch zweimal so, weil meine Finger zu scheiße sind. Fette Finger. Ja. Fette Scheiße, ey! Mein Name ist... Mein Name ist Cagamilius. Ich mag diesen Kacke! Ich hab seine Scheiße! Ich komm auch noch auf Liebe, ey! Ach komm! Ja, meine... Das allein ist meine Schuld. Gib mir Sonne. Gib mir Wärme, gib mir Licht. Ey Jojo, was hast du... Was hast du mit deiner Mutti machen müssen? Gar nichts! Mein Bruder wollte mir den Kack zeigen. Ich dachte, du hast ihn geschlagen. Nein! NIE! Was tun! Ey, egal! Ich muss jetzt wieder raus! Tschüss! Tschüss! Erstmal kannst du mich erkennen, aber... Jetzt haben wir das P.P. der Frosch. Nee! Das Symbol of Racism! Ich hab' wirklich P.P. der Frosch immer gehört. Morfrosch, geiles Spiel. Ja! Wie heißt das? Wie heißt das? Nee, was? Was? Rosch-Explosion. Ich dachte irgendwie gerade ein Kaul-Krappel. Das ist Rai Quaser, sieht man doch. Oh nein! Ist es sowas? Ja. Ich muss mich ein bisschen anstrengen wieder, denn hier ist sehr stark die Runde. Rosch-Ketchup. Ja, aber jetzt komm' ich nicht klar. Casabonita, Casabonita. Hm, sehr schön. Ich kann mir auch nicht mehr als Vorschosen-Morten, ey. Die anderen Worte waren Axt und Zypresse. Er macht nur ne Axt, ne? Wenn ich nicht mehr als Vorschosen-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten-Morten. Come on us. Meine Eiers. Hm. Was? Wie kann man denn da so... Warum weißt du das? Ah, ich glaub' die separate Kellops-Wursties. Hä? Nein. Och Mann, ey. Ich hasse mich so sehr, ey. Ey. Krass. Kannst du mal aufhören, die Wörter früher zu haben, wenn ich mich einmal vertippt hab' vorher? Ja. Ich bin das. Ich danke dir, Drenki. Schon zwei Mal. Ach so, Junge. Ja, toll. Und vor allen Dingen, dadurch, dass ich es falsch geschrieben hab', steht's im Chat und jeder kann's einfach abschreiben. Nein. Ja, ich hab' dir angezeigt. Ja, Klaus. Und warte. Warte, ne Scheiße, ey. Fimmy hat den Hoden raus. Fimmy ist ja schwul. Ja, Gesicht, oder? Fick. Nippee. Fick. Visage. Ach ja, Langton, das sind Customers dabei. Für den Fall, dass irgendwas kommt, wo du denkst, dieses ist nicht dabei. Oh, geil. Ja, jetzt erstmal geben alle Japaner ein. Was ist das? Was ist das Sake? Alter, wie kann... Alter, wie kann man das denn... Nein! Ohne Scheiß. Hä? Ach so. Ne, doch nicht. Hä? Was ist das? Wie heißen die denn, die Dinger? Ach so. Ich weiß das nicht. Ach nee, ich weiß es. Banane. Biegung auch noch dabei, aber ein bisschen zu brutal. Na scheiße. Das ist ja so eine Gebieteschwende. Oh Gott. Bummelan erhebt. Was ist das? Hör. Wohin, wohin. Wohin, wohin. Wohin, wohin. Wie kann man denn Katana eigentlich normale Augen? Wie kann man denn Katana... Ihr versteht mich mal Katana-Rappen. Das ist ja kein... Das ist ja kein Japaner, das ist ein Weed. Katana? Nein. Nein, nein. Bitte nicht hier. Was ist das Lord and Lord like? Ihr kennt doch meine Zeit und ich kann doch kein Kirchzeichen. Ach Gott. Das ist doch wieder irgendwas. Ja, Morshu hab ich auch dran gedacht. Das ist nicht Morshu, warum nicht? Ja, hab ich auch dran gedacht. After you've scrubbed all the clothes in Hyrule, then we can talk about mercy. Es ist auch nicht Hyrule. Äh, was sagt der denn noch? Luigi's. Lamp all rope bombs. Oh, wie heißt das? Lamp all rope bomb. Ach ja, natürlich. Oh, it's yours, my friend. Hä? Ach, äh, scheiße, wie heißt... Wie wird das denn geschrieben, Alter? Wie wird's geschrieben? Ich hasse es. Nein! As long as you've got enough... Ja... Das kann gar nicht sein, wegen der... Das kann nicht sein, das... Ich weiß nicht, wie diese Scheiße heißt. Es ist einfacher als ihr denkt. Ach so, wow. Nein! Was habt ihr denn gedacht die ganze Zeit? Was? Was ist das für ein Wort? Ich nehme das nicht. Ich nehme nicht Beizen. Ja, wir haben eine Person. Uh-hmm. Um wer vielleicht...